Was steht ab Leute, mein Name ist Sammy Deluxe live und direkt hier in Köln City und ich habe gehört, hier findet ein krasser Basketball Event statt, vor allem meine B-Ball-Heads da draußen und zwar am 14. und 15. Juli hier in der Stadt in Cologne City, der GRC Event mit Slamdan Contest, krassen Teams, die antreten aus verschiedenen Ländern, also kommt vorbei, gebt euch ein bisschen B-Ball-Action.